Also, dass dies das Ende meines Studiums werden würde, das war mir damals nicht bewusst. Das war eine Zeit, in der man nicht so weit gedacht hat, sondern in der man sich den konkreten Aufgaben, die anstanden und die gemacht werden mussten, widmete, ohne jetzt gleich an morgen zu denken. Mir war auch nicht bewusst, was das für meinen Lebensweg, auch für eine entscheidende Wendung mit sich bringen würde, denn wenn ich mir so die letzten 25 Jahre angucke, da ist doch immer dieser Kristallisationspunkt die Arbeit hier. Bis dahin, dass ich Joachim Gauch darüber kennengelernt habe. Und bis dahin lebte ich so auch als Student mit Planungen, was wird im Sommer, was wird im nächsten Frühjahr passieren, etc. Das war plötzlich alles weg. Das war auch eine ganz neue Lebenserfahrung für den Moment und für die Aufgabe zu leben, die man übernommen hat. Und das war eine ganz intensive Zeit. Und dass ich dann letztlich dann nicht weiter studiert habe in Theologie, das hat sich dann erst in der Zeit weiterentwickelt. Ich habe mich erstmal auch beurlauben lassen vom Studium ganz ordentlich, wie man das macht. Nur die Entscheidung dann nicht mehr weiter Theologie zu studieren, sondern auf Jura umzuschwenken, die kam dann im Laufe des Jahres 1991.